ja servis leute bin ich wieder naja sowie da ich diese woche nicht mehr aufgenommen habe ja ich habe diese woche frühstück gehabt aber wir haben ja das wochenende und wir können heute mal wieder fortsetzen und zwar fischbar veranschauung mit spiderman ruhig war leute braucht meine hilfe ich muss zu einem aussichtspunkt und sie anrufen ausrüstung naja oh mehr herz nebenunterstützung ferromagnetische hanisch was stupe schon 30 ok was sind das eine mission tust du unterwegs ja können wir machen aber okay okay naja ich wollte noch zeigen ja ich habe die zwei hier schon mal gemacht unter der woche ja tut mir leid dass ich euch nicht gesagt habe aber ihr wollt ja nicht wissen wie ich aufgestorben bin okay machen wir weiter leute soll wir nehmen ist schon weitermachen oder auch nicht so nachher kommen wollen wir den mission aber es ist passiert leute genau wie ich es gesagt habe erinnern sie sich an die irren die aus rikers island ausgebrochen sind natürlich erinnern sie sich an sie dank spiderman von dem diese psychos angezogen werden wie motten vom licht hatten wir sie alle direkt vor der küste von manhattan hätte uns doch nur jemand vor dieser schlechten idee gewarnt moment hab ich ja also hören sie mir jetzt zu verriegeln sie die türen bewaffnen sie sich mit allem was sie in die finger bekommen jetzt ist sie jeder selbst der nächste dazu noch meldungen dass dieses teufels atemzeug schon wieder gestohlen wurde ich habe das übliche gefühl dass das alles nur noch schlimmer wird ach halt die klappe meine güte ist so ein riesengeschwätz nach machen wir das hier ja genau auf dem stone der klein nehmen ist sie und hat mich so kann ich immer noch machen machen wenn wir meine neben ist so mit tombstone 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 jetzt muss das hallo auf geht ja machen wir ich bin mir gespannt wie die brutale ist doch der anzug von black hat gemacht wo man sich ja den fingerlaufen mit klein ich sollte mir hier auch noch den sender von mj ansehen ja machen wir mal ja doch ist der doktor ist gar nicht mehr da so was ich will was neues machen wir mal parker meint die schnittstelle sei gefährlich aber der junge ist anfänger hat noch nie was erschaffen denkt wir könnten abseits bleiben weit weg von der gefahr männer sind gestorben um diese nation zu gründen damit wir auf den mond gelangen jeder große vorstoß erfordert blut das lasse ich nicht zu doch der doktor okta wird sich am durchdrehen sie hören zu ja sie beobachten merken sich alles stehlen wem haben sie von der neuralen schnittstelle erzählt von meiner arbeit naja es endet hier parker ich habe ihnen vertraut aber statt mein genie zu erkennen taten sie was sie wollten alles vernichten haben mir mängel unterstellt es gibt keine mängel es ist wunderbar eine perfekte erweiterung des gehirns in die welt gedanken die durch diese arme form annehmen und ich habe nur noch einen gedanken normans ruf zu vernichten und zwar bald er ist wirklich durchgedreht ich glaube sehr lange war doch klar oder verrückt einfach nur verrückt die neurale schnittstelle fachdorks wut an vielleicht gibt es für ihn kein zurück mehr oh man militär aufträge er hat die ganze zeit ausrüstung für meine ärgsten feinde entworfen fand es wohl lustig dass ich direkt nebenan an spidermans ausrüstung gearbeitet habe ja gut möglich doch 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 was waren sie nur echt schlimm gibt es doch noch was hier so viele schöne erinnerungen jetzt sind sie verdorben hat die ganze seite sehen kann also doch nicht was ach du scheiße doch man es werde ich durchgedreht ja das habe ich schon gesehen ja doch doch euch auch nicht so ganz zauber doch hat die arme nicht nur verstärkt er hat sie in waffen verwandelt ja hat man ja gesehen im letzten video oh man ey na gut komm machen wir weiter für die nebenmission wenn ich das rekonstruiere kann ich tombstones fahrzeuge verfolgen ah oh vielleicht wird das nicht so wie es aussieht aber ich probier's äh warte mal hä drehen kann das ding auch nicht echt jetzt hm hm fuck 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 ok machen wir mal so ist das oder warte mal das lass ich mal so drin das ist auch so hm ah nee oder Das Problem ist nur, ich habe keine Kurven. Nein, nein, nein. Warte mal, das muss man irgendwie so, dann so, dann so, dann so, dann so, dann so rum, dann so rum, drei. Ha, okay, ich habe es. Das sollte reichen. Zeit für einen Test. Okay, dann gehen wir mal raus. Meist ihr, wie lange das Video aufnehmen? Ist ja Wochenende, Leute. Aber ich will nicht so lange wach bleiben. Bin auch noch ein bisschen müde von der Arbeit. Ja, wenn du mal halb fünf aufsteht, ist klar. Okay, einfach dem Signal nach. Sollte mich an den Ort führen, an den Tombstone will. Ah. Okay. Tombstone. Der macht mir echt Kopfschmerzen. Und durchdringliche Haut plus null Moral gleich großes Problem. Hoffe, Autos zerlegen ist das Schlimmste, was er so macht. Oh, was ich schon tego bist. Lah Hand. Okay. 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 ja wie jetzt links rechts kam aus ok kam aus ja 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 nicht da lang schwaches signal die ganze bande ist da ausschalten ein einziger schoss schade erledigt mal sehen was im laster ist chemikalienbehälter aber alle sauber geschrubbt offenbar kommen die alle vom alchemax werk in harlem aber was war in ihnen drin das geräusch bedeutet das ende unserer blitzrunde sollte mal bei alchemax vorbeischauen und herausfinden was in diesen fässern war tombstone plant was wahrscheinlich illegal definitiv gefährlich wie das war kurz noch weiter was ist das hier nein nein was wir warten die tiefnähe was datei nicht gefunden wusstest du auf die burg spider-männer internet berühmheit hier okay dann machen wir dahin doch nicht so schwingen dafür zu lang aber wie können sie denn nicht bemerken zeit fuß denkt da und es ist keiner weg jetzt naja okay dann auf den nächsten jahr das verbrechen ist das lk max auf schießen gutes timing tust du uns leute laden neue vorräte auf aber wofür nur nach der wieder in droben sind schwer bewaffnet ich sollte wohl besser lautlos bleiben genau okay ja genau genau schön einnetzen ja nicht gefahren genauso ok und hochspinnen ein paar sparen jetzt schön ganz gut später ja 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 ich bin ich bin e ich kann nicht kann ich und e andere kommt hier an ich wollte hier und hoch so habe ich mir das gangster leben doch die beiden oder ja kann man sagen reich hey was zum teufel ist das hinter hitze so habe ich mir das gangster leben nicht ja gute nacht gute nacht hehehe schlappchen ja genau ja 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 auf geht's los echt jetzt das zeug ist sicher nicht gegen astma haha noch mehr jungs ach komm ja ja ich ja ich ja ich ja ja ich ich hey Ehe 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 alle zu das Zocken die der Beine oder bewusstlos nicht sterben weil er tut ja niemand ich befürchte die drogeninhalatoren und das Diox 3 gehören zusammen ich sollte mir mal einen dieser inhalatoren genauer ansehen wo eh ah oui und vor allem wo irgendeiner muss doch noch was haben oder ah ich seh's oh Heidi ach so drehen ok was steckt in dir ok weh kurz wieder hm ja so jetzt hier runter da hin ist das hier oder ja Diox 3 Diox 3 plus Designer Amphetamine cleveres Rezept für vorübergehende Unverbundbarkeit bin beeindruckt gut besorgt für das Zeug gibt es auf der Straße einen gewaltigen Markt und Tombstone ist der einzige Lieferant ich könnte wohl eine Gegendroge herstellen ob es wohl Laborgeräte in dem Laster da gibt Zeit für improvisierte Wissenschaft hat er wohl da nichts machen oder wie da eine Einzeldosis der Gegendroge muss sie nur noch testen vielleicht sollte ich Tombstone in seiner Werkstatt besuchen ich habe ein paar Psychopathen mit Masken gesehen muss irgendwo hier sein ok hier hin alles klar danke für die ich habe noch nie in Filme gesehen der Panikmacher Paranoid Verschwörungstheoretiker mit diesen gemeinen Worten hat man mich erniedrigt und beschimpft jahrelang habe ich sie gewarnt und jetzt ist es passiert dank Spider-Man haben wir buchstäblich die Pest am Hals warum ich ihm die Schuld gebe und nicht Martin Lee dem gebe ich auch die Schuld er hat seine Strafe verdient aber er ist ein irrer Terrorist die machen so etwas eben Spider-Man jedoch sagt er sei ein Held und doch wusste er wohl von der Gefahr ohne uns zu warnen entweder dachte er er hätte es im Griff oder er steckt mit drin und dann ist er ebenfalls ein Terrorist halt die Klappe wo denn da da wurde halt das da oder da 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 die hallo meine güte der nervt mich weißt du wüsste das zeit tombstone lang zu legen genau machen wir zeit im namen zu legen der wütende drogen baron ertrank allein klingt wie ein gedicht wenn du das sagst ich war nie so der große leser wie bist du überhaupt an martin lee gekommen ich bin der beste wenn du dich zusammentun möchtest können wir echt was heißen bin geschmeichelt aber dieses ausnutzen von leid ist nicht so mein ding ich muss ihn müde machen dann kommt die gegendrohme könnte tombstone tagelang prügeln ohne dass er es spürt ob die gegendrohme wohl rücken würde jungs wer los doch ach komm du feige sau unser letzter tanz ist dein kind wieder in ordnung es zieht wenn es regnet sonst super wenn das du fragst im einsatz der gegendrohme muss sich tombstones bande ausschalten ich muss seine leute ausschalten dann kommt die gegendrohme magst du mein neues produkt es heißt graves staub hast du den namen von deiner marketing abteilung ich bin die marketing abteilung hey ow Du willst nicht zufällig Pause machen, oder? Oh, Lonnie. Reif? Hast wohl Sport geschwänzt? Er wird langsam fast geschafft. Oh, mein Name wird voll ab. Oh, er blutet. Ich hab gewirkt. Aber er ist immer noch sauer. Scheiße. Was wird das jetzt? Oh, nein. Geier hast du hier verpasst. Ich fühl mich seltsam. Oh, weißt schon. Partikel-Entblockungsmittel. Das übliche. Du tust mir wirklich? Fähig. Ich weiß nicht, was das das letzte Mal passiert ist. Willkommen daheim bei den Sterblichen, Lonnie. Meine Zunge ist komisch. Soll meine Zunge komisch sein? Oh, ja. Absolut. 100% normal, glaube ich. Hoffentlich tust du irgendwann mal was Gutes, Lonnie. Eine Suppenküche leiten oder sowas. Aha. Also sind deine Tage als irrer Drogenbaron gezählt? Bitte? Klar. Fürs Erste. Aber war echt der Hammer. Das sehe ich anders. Das ist neu. Man darf wohl nicht hoffen, dass du es jetzt ruhiger angehst als, naja, Sterblicher? Keine Chance. Die Gefahr macht es nur noch besser. Krasser linker Haken. Freu mich auf den Rückkampf. Lass mal. Ich mag dich. Aber ich dich nicht. Oh, ist das schon vorbei, dieses Level? Krass. Das geht schnell. Aber dank Spider-Throner, natürlich. Ah. Okay. Okay. Okay, das war dramatisch. Wie lange Tombstones Kräfte jetzt wohl inaktiv sind? Wohl nicht lange genug. Aber gute Arbeit fürs Erste, Pete. Wir können stolz auf uns sein. Hast du schon mal so ein Feuer gesehen? Chemisch. Wer weiß, was hier gelagert würde? Nein, ich dachte, ihr habt nur Motorräder. Hi, hi, Jungs. Okay. Also klar, Leute. Ich mache wieder mal Schluss. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Gebt euch ein Like, ob das euch gefällt oder nicht. Und bis dann, ciao, ciao, Leute. Und bis dann, bis dann, bis dann, bis dann, bis dann. Bis dann, bis dann, bis then. Untertitelung des ZDF, 2020